Warum hast du den Fachbereich Tourismus gewählt? Erstens, weil ich selber ein Hotel habe und kochen werden lieb und weil es lustig ist zu kochen und verschiedene Sachen auszuprobieren. Und es ist voll egal, dass man kocht. Gefällt es dir im Fachbereich? Ja, es ist voll interessant. Man lernt viel bei der Frau Winkler und wir müssen noch viel aus. Ich bin als Fachbereich, da ist es uns sehr gut. Der Fachbereich ist sehr praxisorientiert und wir kochen viel. Ich habe den Fachbereich gehört, weil ich einmal kochen lerne. Vorlässig finde ich, dass wir in die Tiskaner hingegen setzen und auf den Winkel einstecken. Und wieder alles eindecken und alles ausprobieren. Und das habe ich vorbereitet. Wir brauchen die Tiskaner. Wir brauchen die Tiskaner. Wir brauchen die Tiskaner. Untertitelung des ZDF, 2020